Herzlich willkommen zu meinen kurzen Tipps und Tricks, einen kleinen Anfänger-Guide für Toast of Tsushima am PC. Ein kurzer Tipp zu den Einstellungen in der Grafik. Ich finde, wenn ihr es jetzt normal schaut, ein bisschen ausgewaschen aus, mit kontrastreich, also dramatisch, schaut es ein bisschen schön aus. Und ich würde empfehlen, wer einen HDR-fähigen Monitor hat, HDR hier einzustellen. Es gibt einen Trick, um ein schönes Bild zu bekommen, ist, ihr schaut in die Sonne, also in Ghost of Tsushima geht es hier hin, schaut in die Sonne und stellt eure maximale Leuchtkraft ein. Und es gibt einen gewissen Punkt, wenn ihr das verschiebt, wo das Bild dann wunderbar ausschaut. Bei mir ist es 897, bei ein paar anderen auch. Es scheint hier so eine Art Sweetspot für einige zu sein. 897, eine super Eischung. Probiert es das aus, wenn nicht, verschiebt es den Regler, bis das Bild bei euch super ausschaut. Im Spiel werdet ihr auf ein Bambusspiel treffen. Da müsst ihr mit dem Katana durch mehrere Bambusrohre durchschneiden. Das ist ein Minigame. Falls ihr damit Probleme habt, dann könnt ihr hier unter Barrierefreiheit, da ist jetzt mein Bild davor, aber da ist halt so, da unten Minispielsteuerung von Standard auf Vereinfacht stellen. Dann müsst ihr das nicht mehr innerhalb von einer Sekunde quasi alle Knöpfe drücken, wie die Wahnsinnigen, sondern es geht dann einfach Knopf, Knopf, Knopf und es geht trotzdem. Also wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr das hier unter Minispielsteuerung umstellen. Das Spiel hat verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber ich sag's euch eindeutig, beim ersten Playthrough schon, das ist mein erstes Playthrough, zahlt sich die Einstellung tödlich aus. Warum? Also ich meine, muss man nicht machen, aber warum? Die Gegner werden nicht stärker und haben mehr HP und man selbst wird schwächer und macht weniger Schaden, sondern die Kämpfe werden knackiger, schneller, denn die Gegner töten dich mit ein, zwei Heben und du selbst tötest die Gegner auch mit ein, zwei Heben, außer jetzt bei Bosskämpfen. Und ein Pfeil in die Brust und man ist hin, macht ein interessantes Spielerlebnis, da das Spiel aber eh oft speichert, hat man meistens nicht viel verloren, wenn man stirbt, da muss man halt alles nochmal machen, wenn man ein Camp macht, ist Geschmackssache, aber man kann diesen Schwierigkeitsgrad jederzeit im Spiel ändern. Also ihr müsst euch nicht am Anfang entscheiden, ah, ich mach's jetzt auf einfacher, ich mach's auf tödlich und muss das ganze Spiel durchziehen, sondern ihr könnt das jederzeit ändern. Das ist wunderbar gemacht hier. Für alle Fans der Kurosawa-Filme, hier könnt ihr den Kurosawa-Modus einschalten und das Spiel ist ein Wahnsinn. Der Sound ändert sich, es ist wie diese alten Filme aus den 50er, 60er Jahren. Das Bild ändert sich, es ist schon ganz witzig. Ist halt vielleicht für coole Aufnahmen oder Protomodus etc. lustig. Ich persönlich spiele es so nicht, aber, wenn es daugt, vielleicht sollt ihr es machen. Es ist wirklich ein interessanter Modus. Ein schneller Tipp zum Skillen am Anfang, ich würde sofort am Anfang die Punkte, die man bekommt, in die Technik reinstecken fürs Herausforderen. Denn wenn ihr da die Punkte drinnen habt, könnt ihr einen gleich am Anfang ausschalten und zwei weitere. Das heißt, ihr habt drei Gegner weniger, wenn ihr herausfordert. Das ist echt mächtig und super. Und gleichzeitig würde ich empfehlen, die Kunais auch zu maxen, weil doppelter Schaden ist ein Wahnsinn. Die meisten normalen Gegner sind mit Anschlag hin. Also man muss nichts tun, geht hin, zack, in die Gurgel und sie sind hin. Für die, die es ein bisschen Stealth hier wollen, empfehle ich auch recht schnell einfach das Attentat zu skillen. Am besten auf Maximum, weil dann könnt ihr auch gleich drei gleichzeitig auseinandernehmen, ohne dass sie Alarm schlagen können, was halt natürlich wunderbar ist, wenn man viele Camps macht. Das Schwert. Ihr kriegt verschiedene Katanas im Spiel. Das sind aber alles nur Cosmetics. Ihr könnt das Katana einfach, es ist egal, wo ist es, ihr könnt es immer wechseln, es bleibt immer gleich. Das Einzige ist, ihr könnt es verbessern. Also die Verbesserung am Katana bleibt auf allen verschiedenen kosmetischen Katanas bestehen. Bei der Rüstung ist das anders. Die Rüstung, da habt ihr verschiedene Rüstungen, die ihr auch individuell leveln müsst. Das ist sehr wichtig zu beachten und die Masken sind einfach nur kosmetischer Natur. Da müsst ihr nichts beachten. Da schaut einfach, was euch gefällt. Das macht es dann. Beim Bogen, kurzer Spoiler, es wird scheinbar einen Langbogen auch geben. Ich habe jetzt erst diese mystische Quest, wo man einen Langbogen kriegt. Bin erst dabei. Aber Kurzbogen leveln, wieso nicht? Kurzbogen ist wirklich cool und mächtig, weil er auch recht schnell ist. Langbogen, werde ich mir erst anschauen, weiß ich nicht. Aber ja, da sind auf jeden Fall dann zwei Bögen zu leveln, offensichtlich. Kurz und lang. Vergesst bitte nicht, Talismänner. Talismanne. Talismänner? Weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, die sind extremst wichtig. Ihr bekommt zum Beispiel einen Talisman, der hier, Talisman von Inari. Unglaublich gut. Wenn ihr den am Anfang kriegt, oder recht früh, dann bekommt ihr einfach viel mehr Vorräte, viel mehr Raubtierfälle, Bambus, all das viel mehr. Und könnt es dementsprechend natürlich auch schneller leveln und schneller eure, zum Beispiel auch Köcher. Ja? Dass ihr mehr Pfeile in eurem Köcher kriegt. Das könnt ihr übrigens machen bei den Kirschnern. Wenn ihr zum Beispiel in ein Dorf geht, dann ist hier, wenn ihr die Fälle habt von den Wildtieren. Übrigens, Kirsche, Rehe töten, macht überhaupt nichts. Das ist vollkommen für den Arsch. Die sind einfach nur fürs Ambiente da. Ihr müsst Bären und Eber töten. Das ist das, was euch diese Wildtierfälle gibt. Geht ihr zum Fallensteller und könnt ihr bei ihm dann einfach zum Beispiel eure Pfeile upgraden, dass ihr dann 16 Pfeile habt. Oder eben mehr Brandpfeile und so weiter. Dafür ist es wichtig, also immer zum Fallensteller gehen. Und das Schöne ist, bei dem Spiel ist, es zeigt euch auf der Map an, wenn da etwas verfügbar ist. Das heißt, wenn hier jetzt zum Beispiel ich hier zum Tempel gehe, dann sehe ich beim Geschenksaltar keine Geschenke verfügbar. Passt, muss ich nicht hingehen. Aber ich sehe zum Beispiel hier bei diesen kleinen Lagern, dass der Fallensteller eine Verbesserung für uns hätte. Zum Beispiel kann ich meine Brandpfeile aufwerten. Und dann sehe ich hier zum Beispiel, kriege ich den Hinweis, ah, Rüstungsschmiedin könnte ich was aufwerten. Ich könnte beim Schwert was machen. Das heißt, ich weiß, aha, das leuchtet dann so golden halt, so gelb-golden. Und da könnt ihr dann einfach schnell hinreisen und fertig. Das ist so ein bisschen Quality-of-Life-Sache in dem Spiel. Gibt es übrigens sehr, sehr viele. Ihr könnt es auch, wenn ihr reitet, einfach Sachen aufheben beim Vorbeireiten. Ihr müsst nicht da absteigen. Es ist einfach herrlich. Also da gibt es gute Sachen. Die Map wirkt auch nicht zu überladen. Es gibt super Punkte. Man kann sich, ah ja genau, was auch wichtig ist, wenn ihr so ein Lager aushebt, wie zum Beispiel, wenn ich da unten das Lager hier aushebe, das mongolische Gebiet hier, das Anwesen, dann öffnet sich die Map etwas mehr. Dann muss man nicht alles immer ablaufen. Also man kann hier alles ablaufen und alles entdecken. Dazu würde ich empfehlen, die wunderbare Tracht des Reisenden zu nehmen und auch die hochzuleveln. Weil warum? Man deckt hier, man sieht es, Reisen lichtet den Nebel um 30 Prozent. Also mehr. Super. Man hört in der Entfernung die Glühwürmchen besser, die uns zu Artefakten bringen. Super. Etc. Etc. Also die Tracht des Reisenden beim Reisen, beim Entdecken aufsetzen. Und das Coole an dem Spiel ist, wenn ich im Kampf bin, kann ich einfach das Spiel pausieren, zack, und ich ziehe meine Samurai-Rüstung an und kämpfe einfach weiter. Weil ich dann eben da ausgerüstet bin für den Kampf. Oh, ich gehe wieder reisen, zack, ich rüste mir wieder die Reiserüstung aus fürs Reisen. Oder oh, ich will jetzt Bogen schießen, Tracht des Bogen. Also da könnt ihr permanent die Sachen wechseln. Einfach super gemacht. Es ist jetzt zwar jetzt nicht realistisch, dass ich im Kampf plötzlich eine andere Rüstung anhabe, aber es ist halt actionreich, herrlich. Wenn ihr aufs Spiel geht, könnt ihr hier einschalten, das ist automatisch auf deaktiviert. Aber wenn ihr es einschaltet, könnt ihr jetzt jeder Rüstung, und das ist unglaublich leiband, wie ich finde, jeder Rüstung eigene Talismane, Talismänner zur Verfügung stellen. Das heißt, bei der Tracht des Reisenden nehmt ihr vielleicht andere Talismane mit, weil ihr sagt, ich reise, ja, da brauche ich andere Sachen, als wie, ich werde hier jetzt hingehen und sagen, oh, hm, das ist meine Samurai-Rüstung, das ist die für den Kampf. Ja, da brauche ich einen anderen Talisman, da möchte ich zum Beispiel mehr Schaden machen, wenn ich halt verletzt bin. Oder ich brauche mehr Gesundheit, wenn ich Gegner töte, weil da gehe ich ja aufs Töten. Das heißt, ich stelle mir hier einfach meine Talismänner einfach zur Verfügung, wie ich es möchte. Ja, und habe für jede quasi erdenkliche Möglichkeit dann einfach andere Zusammenstellungen. Und das ist wunderbar. Zum Kampf gibt es etwas zu sagen, und zwar, wenn ihr den rechten Trigger betätigt, dann seht ihr rechts unten, wenn ihr die Kampfhaltungen schon ein paar erforscht habt, habe ich jetzt drei von vier, dann könnt ihr mit A, B und Y und X, beziehungsweise das Playstation-Bondant, diese wechseln. Das ist wichtig. Also ihr seht es durch die Symbole sowieso, was es bedeutet. Hier habt ihr es gegen Schwertkämpfer zu tun. Hier, das verwendet ihr quasi, wenn ihr gegen Schildkämpfer spielt, dann oben, wenn ihr gegen Speere kämpft. Dann hat das nämlich auch andere Moves und es hat andere Effektäten gegen diese jeweiligen Gegnerklassen. Also das im Kampf am besten immer machen und variieren. Ein anderer Tipp ist, nehmt die Rauchbombe, die kann man skillen, dass wenn man die verwendet, die Rauchbombe, einfach dann die rechte Taste drücken, also nicht die Trigger, sondern den Button da rechts oben. Dann haut ihr die hin, Gegner sind verwirrt. Erstens mal stellt ihr dann Leben her, wieder, wenn ihr das geskillt habt. Und zweitens sind die Gegner verwirrt, sehen euch nicht. Und ihr könnt in dieser Rauchbombe dann Geistangriffe machen, also einfach Exekutionen, Attentate. Und das ist ein Wahnsinn, weil überhaupt, wenn man das verbindet, dann mit diesem wunderbaren, das ist hier, wo man dann einfach zwei Ziele oder sogar drei mit der Y-Taste, wie hier dann auch angezeigt, hintereinander machen kann. Und das ist echt mächtig. Also die Rauchbombe ist super zum Wegkommen, aber auch einfach um eine größere Gegnergruppe zu assassinieren, sozusagen, obwohl sie einen gesehen haben. Und gleichzeitig auch das wieder also herstellt, nicht? Und wie gesagt, die Kuna, das würde ich auf jeden Fall leveln, aufs Maximum, weil die sind mächtig und machen viel Schaden, durchbrechen auch den Stands des Gegners. Man kann also dann auch, wenn einer ein Shield hat, haut man ihm den Kuna hin, der ist verwirrt, und man kann ihn dann sofort vernichten. Ich weiß, es kursieren die Tipps, und das ist Geschmackssache, dass man einfach das Hauptquest weitermachen soll. Man soll, also es gibt hier viele Tipps von vor drei Jahren scheinbar, das Spiel auf der Playstation damals rauskam, dass man einfach die Hauptquest gleich am Anfang machen soll, bis zum Akt 2, und dann hat man das Wichtigste, und dann macht man halt irgendwann alles andere, denn man spielt einfach das Spiel durch und ist nach 20, 30 Stunden fertig. Ich gehe in einen anderen Ansatz, weil ich es einfach nicht übers Herz bringe. Ich möchte einfach hier im ersten Akt so viel wie möglich erleben, erfahren, bevor ich alle Hauptquests abschließe, in den zweiten Akt gehe, und dann, was ich nicht, was mache. Also, ich versuche so viel wie möglich hier in der Welt herumzureisen, und das Wichtige ist halt auch, wenn man das wirklich macht, ist zum Beispiel diese Fuchsbauten. Man wird von einem Vogel, einem gelben Vogel, hingeleitet zu verschiedenen Stellen, Artefakten und so weiter, und auch zu einem Fuchsbau. Und wenn ihr zum Fuchsbau kommt, dann seid ihr bei diesem Fuchsbau, und da wartet ein Fuchs auf euch, jetzt nicht mehr, weil ich es schon gemacht habe hier, und dem Fuchs läuft ihr dann einfach nach, und dann bekommt ihr einen Schrein, einen Fuchsschrein, und dieser Fuchsschrein, der gibt euch die Möglichkeit, eben die Talismane auszurüsten. Also umso mehr von diesen ihr habt, umso mehr Talismaner könnt ihr quasi tragen. Mir fehlt halt da unten noch einer. Aber das ist sehr wichtig, weil die Talismaner halt unglaublich viele gute Bonis geben, wie zum Beispiel Gegner zu töten stellt mittlere Gesundheit wieder her. Oder dass man hier, wenn man 50% weniger HP hat, dass man dann quasi zusätzlichen Schaden zufügt, und, und, und. Und das in Verbindung natürlich dann mit der Kleidung an sich, wo man verschiedene Rüstungen hat, und die dann eben mit verschiedenen Talismanern belegen kann, in der verschiedenen Situationen, wo man dann ist. Das ist einfach herrlich. Wie gesagt, ihr könnt in den Kampf reingehen, ihr seht, aha, der Stealth ist nicht aufgegangen, scheiße, ich brauche meine Superrüstung, im Sinne von, ich brauche meine Nahkampfrüstung. Jetzt drückt es einfach Pause, nehmt die Samurai-Clan-Rüstung zum Beispiel, die ja natürlich einen guten Rüstungswert hat, und kämpft mit der, und wenn ihr seht, am Anfang geht man rein mit dem Bogen, macht es das, oder die Ronin-Kleidung gut für so Tarnangriffe und so. Also, da kann man sich wunderbar spielen. Die Ghost-Taktiken nutzen, ist natürlich auch immer sehr hilfreich und wunderbar, mit eben Stealth-Angriffen, oder eben Kurzburgenschwert-Angriffe und so weiter. Das sind einmal so grob zusammengefasst, einmal ganz kurze, wie soll ich sagen, willkürlich zusammengewählte Tipps und Tricks, die ich jetzt einmal so aus dem Ärmel geschüttelt habe, die mir aufgefallen sind, als ich das Spiel jetzt angefangen habe. Wenn es euch gefallen hat, das Like, Abo immer wieder gern. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht auch nichts, dann halt danke fürs Zuschauen.